Also ich war es einkaufen, ich musste es holen, ich musste es transportieren. Ich habe mir die Idee in dem Kopf gemacht, ich habe es auseinander gebaut. Das sind schon mal mehrere Stunden, die ich jetzt gearbeitet habe. Also von daher kann man sagen, das zählt für vier Stunden, kann man das einfach mal berechnen.